...Honami angegriffen. Glaubt ihr, ihr könnt sie aufhalten? Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Arthur und die Minimoise. Im letzten Part haben wir den Angriff der Einhörnern erfolgreich abwehren können und in diesem Part ist diese folgende Mission dran. Der coolste Kulu-Masai ist von diesem Loser Malthasar als Geisel genommen worden. Könnt ihr bei der Rettung helfen? Na Logo, und ab ins Abenteuer! Oder so. Ungefähr. Wer sind die Einhörner losgeworden? Aber warum in aller Welt haben sie uns nur angegriffen? Oh nein! Was geht da vor? Hilfe! Da ist ein Eindringling im Durchgang! Zur Hilfe! Max persönlich! Eine bessere Geisel gibt es gar nicht. Lasst mich durch zur Obererde, oder ich beseitige Max! Oh Mann! Ähm... Ich glaub, der meint's ernst, Leute. Könnt ihr helfen? Bitte! Seht ihr den Timer auf der letzten Tür? Sobald er Null erreicht hat, kann Malthasar die Menschenwelt betreten. Und ihr könnt Max nicht mehr retten. Um Malthasar zu erreichen, ist nämlich die Einhörnverteidigung. Aber Vorsicht! Wenn ihr die Einhörnprüfung nicht bestellt, lassen sie euch nicht durch. Na tolle Bratwurst. Ähm... Möchten sie? Nein. Also Lord Fake... Na gut. Wenn ihr mein Spiel gewinnt. Ah ja. Lord Fake Mord, äh... Hat also Max in seine Gewalt und... Meint jetzt, in die Menschenwelt durchgehen zu können. Nun gut, wir sollen ihn aufhalten. Das hört sich fast wie so eine letzte Mission an, aber hoffentlich nicht. Das haben wir im letzten... letzten Part? Oder vorletzten? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall können wir das spielen. Ziele mehr als tausend Punkte. Und los geht's! Easy! Scheiße, oder doch nicht? Höhö. So. Na Mensch. Scheiße. Fragt mich... Oh, was soll denn das? Mensch, muss ich mich wieder hier einschießen? Ich frag mich, ob die Spiele Rohlevel schwerer wären. Zack. Zack. Jawoll, jetzt geht's hier voran. Nice, nice. Ja. Zack. Locker. So, ich musste mich erst mal warm schießen. Nein, verdammt. Scheiße. Schade. Fast 2000 Punkte. Yeah, ihr habt's echt hart. Und wir haben mal wieder den Rekord gesprengt. Okay, ich öppne das Schloss. Okay. Haha. Entschuldigung. Er hat so eine lustige, äh... Stimme. Kannst du deine Yoga... Sobald er rausgefunden hat, wie er durchkommt, hab ich hier echte Probleme. Ja. Dort Fake Mord, äh... Hat anscheinend ein paar Probleme. Psychische Probleme. Ernste Probleme. Oh nein, nicht das. Oh, das ist so ein nervig, das Spiel. Weil's... Gar nicht funktioniert. Also, schlecht funktioniert. Mal gucken. So, zack. Naja, es kommt drauf an, wie meine Maus reagiert. Warum? Ich kann doch Feuer ziehen. Mensch. Hä? Was wollt' der von mir? So. Ey, Dara, come on. Scheiß Misskäfer. So. Ich hab's doch. Komm, go, 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 go. Ja. So. Meine Fresse. Ne kleine Mausbewegung und schon, zack. Ihr habt's echt drauf. Ihr habt Glück. Ich öffne es. Los jetzt. Los jetzt. Mi, 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 mi. Nein. Jetzt kommen so die Spiele, die nicht so meine Stärke sind. Ja, das war ja echt. Wir singen, countrymusik. Aber die Soundtracks sind wirklich nice. Ich glaub, das Spiel hab' ich sogar verloren, ne? Ich weiß das jetzt nicht. Komm, rein mit dir. Ich brauch' euch nicht. Geh weg. Warum kriegt der denn Anschwung, wenn ich... ...meine fresse? Rein mit dir. Rein mit dir. So. Mach dich vor. Na komm, ein bisschen Hoppi-Galoppi. Naja, geht diesmal aber fixer. So. Fixer und besser. Das ist ja. Yay. Gibt's hier irgendwo ne Auflistung, wo ich die ganzen Rekorde mal einsehen kann? Ich meine... Gut gemacht. Ich öffne es. Ja. Ich bin voll witzig. So. Mögt ihr Insekten? Sie werden euch auch mögen. Kaufe dir erstmal... Kaufe dir erstmal... Also... Kaufe dir erstmal ne Nase. Ich komme zurück. Meine Fresse, ey. Los jetzt! Ich muss wirklich feine Bewegungen machen mit der Maus, sonst klappt hier gar nichts. Ich würde mal ein neues Minispiel gutheißen, sag ich mal. So, heb die Plattform. Joa, das haben wir auch gut hinbekommen. Wie gesagt, leichte... ...langsame Bewegung. Keine ruckartigen und schnellen Bewegungen. Das bringt nix. Aber ein bisschen schneller können wir schon. Ja. So. Zack. Next. Oh, jetzt kommen nur noch Bälle. Da müssen wir feingefühlt sein. Ich muss sagen... ...läuft bisher sehr gut. Ey, hätte diese Maschine eine dieser scheiß Bälle runtergeworfen, ne? Ich hätte die so kaputt gemacht. Einen auf den. Ich bring die... Oh. Reagier doch. Ich meine, ich bring die alle so nach oben und die Maschine... Ups. Nö, gar nicht, den ich. So, und diesmal... Der reagiert nicht mehr. Wieder fast 2000 Punkte. Irgendwie klappt das heute nicht so. Mit 2000. Ja, jetzt macht er den hier. Okay. Aber das schaffen wir ganz gut, denke ich mal. Höhöhöhöhöhöhöhöhö Witzbold Loos jetzt Yey Neues Minispiel Acapella Na endlich Mal was Neues und was ich nicht gerne Singt für die Pimpins Folgt der Musik um die Noten zu spielen Bei längeren Noten müsst ihr schütteln. Achso, ist das gleiche wie dieses eine DJ-Spiel? Ne, nicht das doch-doch-DJ-Spiel auch. Okay, Zeit lassen. Okay, nicht zu viel Zeit. Okay. Geht an für sich, also... Da muss man sich echt konzentrieren. Ah, das ist wieder auch so ein feines Ding. Also Feingefühl muss man in diesem Spiel zeigen, also... Ob man will oder nicht. Okay, ich öffne das Schloss. Okay. Ein richtiger Donkey Kong. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Ja, was willst du mir damit sagen? Oh. Achso. Ja, super. Und jetzt? Boah. Sau. Hey, der Nasenlose... Wenn ihr das Spiel gewinnt, öffne ich das Schloss. Weißt du, die Menschheit ist in Gefahr und wenn ihr das Spiel gewinnt, öffne ich das Schloss. Leute, was geht in euren Köpfen ab? Aber wieder mal typisch, ne? Da, 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 da. La, 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 la. Äh. What the fuck? Achso. Ich hab grad nicht gescheckt so richtig, äh... Wo was hinkommt. Ist schon spät. Ich check das nicht mehr so ganz. Und das noch in der Woche, also... Äh. Ich muss mich mal ein bisschen mal am Riemen reißen und mal ein bisschen schneller hier arbeiten. Was geht sonst? So. Sonst geht's schief und das wäre fatal, denke ich mal, in diesem Level. So, jetzt geht's ein bisschen... Äh. Naja, nicht ganz. Da, 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 da. Pa, 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 pa. Ähm. Ah, schon wieder diese 2000, ne? Das... Das krieg ich heute nicht mehr hin. Immer davor, so. Keine 2000. Nein. Oh, doch. Oh. Hab ich jetzt nicht gemerkt. Entschuldigung. Okay. Ich öffne das Schloss. Alter, Donkey Kong. Aber wir haben alle Spiele... Ne, zwei Spiele... Oh, nein. In diesem Spiel. Das war, glaube ich, unser allererstes Spiel in... ...diesem Game, was wir... ...gespielt haben und abgekackt haben. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber... ...bereite den... ...so, Baumkuchen zu... ...lass den Kuchen im richtigen Moment los. Also, wir müssen das machen. Okay. Oh. Das... ...lass los. Komm schon. Stopp. Lass los. Jetzt. Ach ne, Prochuto. Unser guter Esubito. ...lass los. Lass los. So. So wird das nix. Sauber. Ja, jetzt geht's. Nein. Ja. Ja. Na, schaffen wir das? Naja, besser daneben als... Ja, hätt's mich nicht. Ja. Scheiße, der... Nein! Nooo... Nooo... Ha 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 ha... Ha 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 ha... Fuck! Das Spiel ist das Einzige, was ich hasse. Ich hasse es. Ich hasse es bis auf den Tod. Schreibt es. Ihr habt es nicht verdient, dass ich euch kult lasse. alaisten.